Moin Pyros, das Gewinnspiel ist vorbei und wir werden jetzt den oder die glückliche Gewinnerin auslosen. Ich habe sehr viele Kommentare bekommen, wie ihr hier sehen könnt, so viel wie sonst nirgends. Schade, dass ich nicht immer so viele bekomme. Und ich habe hier die Liste, der eine oder andere ist hier zweimal dabei, ich habe ja ein Video erklärt warum. Und wir kopieren die jetzt einfach mal. So, haben hier unser Glücksrad, löschen alle Zahlen raus, füllen die Liste ein, klicken auf Starten und werden in ein paar Sekunden sehen, wer der oder die Gewinnerin ist. Auf jeden Fall viel Glück an alle. Ich sitze hier gerade anders hin, ich hoffe, der Studium knaschen es laut und gewonnen hat. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist GellisonXXDedia oder Studia, keine Ahnung. An dich auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch. Was musst du jetzt tun? Einfach auf meinen Kommentar gleich antworten. Ja, oder vielmehr mich auf Instagram kontaktieren, so sieht es aus. Keine Ahnung, was ich gerade geladet habe. Mir deine Adresse schreiben und auch bitte nachweisen, dass es wirklich du bist, dass mich nicht irgendwer anders einfach anschreibt und dir den Gewinn halt quasi abfacken will, sage ich mal. Genau, dann schreibst du mir bitte, wie gesagt, deine Adresse, welche Farbe du haben möchtest und kontaktierst mich halt. Ja, so. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht. Es wird zu Weihnachten hin, denke ich mal, noch ein Gewinnspiel geben. Und was ich da verlose, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird es zwei geben, die ich verlose, zwei Sachen. Wenn ich die denn bis dahin habe und die nicht bis dahin ausverkauft sind. Auf jeden Fall, vielen Dank an alle fürs Mitmachen und ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.